Auch das ist Hamburg, ne? Ja. Mit dem Herbst hab ich draußen geschlafen, Karstadt-Müngegäste. Gegenüber von Trier-Jahr-Twerter, damit ich auch ein bisschen Bildung kriege. Und den Leuten muss geholfen werden. Das macht mich dann doch wütend. Na, Benz? Guten Abend. Willst du was essen, was trinken? Ja, Standardprogramm. Ich hatte nie gedacht, wie schnell es gehen kann, dass man abrutschen kann und dass einen Schicksalsschläge so aus der Bahn werfen können. Hamburg-Barmbeck, auf dem Gelände der Otto-Gruppe. Hier hat die Tochterfirma Bonprix ihren Firmensitz. Stefan Beutel arbeitet als Marketingmanager und führt ein internationales Team, das sich um die Online-Vermarktung der Modekette kümmert. Lauf das soweit gut aus eurer Sicht? Bonprix legt viel Wert auf regelmäßige Fortbildung. Stefan Beutel entschied sich als Führungskraft für das Programm Seitenwechsel. Das Ziel, eine Woche geht der Manager auf die andere Seite der Gesellschaft. Eine Woche Sozialarbeit in den Hilfseinrichtungen für Obdachlose. Uwe Martini leitet die Diakonie an der Bundesstraße. Stefan Beutel ist der Neue. Erster Einsatz, die Kantine. Und du fängst dir gleich an in der Küche heute Morgen, das war so besprochen. Dann übergebe ich mal an Wolfgang, der macht's heute in Küchenchef. Klasse, danke Uwe. Das ist Stefan. Ja. Hallo Wolfgang. Grüß dich. Dann gebe ich dir mal Kamerun. Ja. 50,52. Ja, ist egal. Ja, wunderbar. Dann sehen wir uns gleich in der Küche. Danke, vielen Dank. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, ja, andere Arbeitsgebiete kennenzulernen, auch andere Menschen mit ganz anderen Hintergründen und, ja, ich glaube, dass ich da eine ganze Menge sinnvolle, nützliche Erfahrungen sammeln kann, die man dann vielleicht auch später so im Führungsalltag anwenden kann. Also, von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was mich da jetzt diese Woche erwarten wird. So, die neuen Schuhe. Die Indianer sagen ja, man muss 30 Tage in den Schuhen eines anderen gehen, um ihn überhaupt erstmal richtig zu verstehen. Bei Stefan Beutel sind es nur fünf Tage. Wichtiger Ansatz beim Seitenwechsel, die Praktikanten müssen alle Arbeiten, die in der Einrichtung anfallen, vollständig ausführen. Das Ziel, eine neue Sicht auf das Leben finden. Das ist die Küche. Ja. Ne? Ja. Da ist die Pfanne. Ja. Das sind die Würstchen für Rüttel. Wie viele sind das? Das sind 160. 160 Mittagessen, viele Hände, schnelles Ende. In der Küche arbeiten Wolfgang und seine Kollegen als sogenannte Helfer. Sie alle sind von der Straße in die Diakonie-Tagesstätte gespült worden. Und arbeiten hier für fünf Euro am Tag. Die Schicksale sind oft ähnlich. Jobverlust, Depression, Scheidung, Pfändung. Ein Strudel, der oft auf der Straße und im Alkohol endet. Wie macht das bergab? Was ist bergab? Bergab, wenn man den ganzen Tag zu Hause hängt, mit defektierten Freunden zusammenkommt, dann ist dies hier schon ein Halt, um nichts zu trinken. Ja. Weil hier darf nicht getrunken werden, also ist es dann auch dieses Alkoholproblem. Ja, von da war das ein großes Glück dann auch hier. Vergangenheitsbewältigung beim Salat anrichten. Architekturstudium und Festanstellung als Ingenieur, dann Jobverlust. Er musste sich selbstständig machen. Seine Firma ging Konkurs, er bekam Depression. Seine Beziehung zerbrach, die Wohnung wurde gekündigt. Der Akademiker ist eines Tages mit dem Fahrrad einfach abgehauen. Das war eine Flucht. Ja, das war so eine Flucht. Und das ist, äh, 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 sagen, das war so eine Art Weg nicht mehr zurück. Und, äh, wusste auch nicht, was passiert. Äh, am Anfang war ich, wie gesagt, vor zwei Tagen, in einem, äh, vier Wochen, in einem Kloster. Mhm. Ja. Ende Oktober war ich hier. Also, dann bin ich relativ schnell hier in der Diakonie aufgeschlagen. Äh, quasi als Gast erst mal. Erstmal als Gast, genau. Ja. Und, äh, dann suchte ich Leute für die, für die Kirche. Und, äh, dann habe ich mich gemeldet. Und seitdem steht mich Salat und hält hier insgesamt aus. Elf Uhr. Das Diakonie-Bistro öffnet. Der Andrang ist heute schwach. An manchen Tagen stehen die Leute Schlange bis auf die Straße. Das Essen ist gut. Sehr gut. Ja. Gert's schon? Da auch, ja. Da auch noch ein bisschen. Auf der Mitte. Gerne. Guten Appetit. Dankeschön. Lecker. Draußen vor der Tür wartet das Zahnmobil. Die meisten Menschen auf der Straße haben keine Krankenversicherung. Ein Arztbesuch kann sich hier niemand leisten. Dentalhygiene kostenlos. Die rollende Zahnarztpraxis boomt. Ja, wer denn zuerst? Sie zuerst. Ja, ja. Ja, wir gucken mal. Ja, okay. Ja, dann mal los. Ja, dann kommen Sie mal zuerst. Ja, der Ausweis dabei. Ja. Herz ist gut? Herz ist gut. Herz ist gut. Herz ist gut? Ja, ihr ist auch gut. Perfekt. Das Zahnmobil gibt es seit 2008. Für Zahnersatz wie eine Krone oder eine Brücke ist kein Geld da. Da kommen wir noch besser hin. Das ist gut. Fühlen Sie sich jetzt so gut? Ja. Besser? Ja. Ja, ich bin glücklich. Ich kann beißen. Ich kann essen. Mir schmeckt das alles. Und ich brauche nicht mehr die Zähne wie so ein Superstar. So alles so. Das brauche ich nicht mehr. Das andere Satz haben Sie aber nicht. Die haben eine Prothese gehabt. Richtig. Und die haben... Die tragen Sie aber nicht mehr. Nein. Die haben mir ein paar Zähne rausgeholt. Und dann habe ich gesagt, ich versuche es. Und das klappt ja auch nicht mehr mit der Prothese. Und dann soll ich ja schon fahren. Also dies und das. Und dann bin ich beigegangen. Und ich habe sie einfach mal weggelassen. Keiner locker, ne? Hier ist gar keiner locker? Nee, nee. Also dann ist auch gute Nachricht. Gute Nachricht. Gute Nachricht. Und wenn ich... Und wenn ich spreche... Ich habe ja hier gute Zähne, ne? Die vier, fünf Stück. Fünf Stück. Mach ich so. Dann sieht man das nicht. Oder ich gucke ein bisschen nach unten. Dann sieht man nicht, dass ich unten keine Zähne habe. Das braucht ja nicht jeder wissen. Dann mache ich so. Ich gucke ins Spiegel. Aha. Dann denken Sie, ich habe alles gute Zähne. Keine Stadt in Deutschland bietet so viel Hilfe. Eine neue Erfahrung für den Hamburger Stefan Beutel. So, wie war's? Ja. Sehr schön, ne? Sehr schön. Tolles Angebot. Ist es auch. Wird auch super angenommen. Sind eigentlich, wo wir hinfahren, auch immer gut ausgebucht. Also Leute ohne Ende. Ja. 13 Uhr. Stefan Beutel verkauft Essensmarken. Bis zu 250 Mittagessen werden hier in der Bundesstraße täglich konsumiert. Tendenz steigend. Ein Euro kostet eine Marke für Wohnungslose. Guten Appetit. Hallo Herr Beutel. Grüß Sie Frau Fito. Hallo. Klasse, Sie mal hinterm Tresen zu sehen. Ja, macht Spaß. Und nicht am Schreibtisch. Doris Tito leitet das Programm Seitenwechsel bei der Patriotischen Gesellschaft. Die Idee von Seitenwechsel ist, dass Führungskräfte eine Woche in eine andere Welt eintauchen, die der sozialen Einrichtung. Nicht als Führungskraft, sondern sie sind Praktikanten. Sie sind nicht die Berater, sie sind nicht die sozialen Helden, sondern sie sind Praktikantin. Und lasse mich auf das Thema ein und setze mich mit einem schwierigen Thema auseinander. Tod, Sucht, Behinderung, Drogenabhängigkeit oder wie immer auch. Aber es ist ja schon viel ruhiger als unten im Essensraum, das merkt man schon. Also das ist bestimmt für die schon eine Erholung, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, klasse. 18 Uhr. Suppe für die sozial Schwachen. Die nächste Station für Stefan Beutel, der Mitternachtsbus. Jede Nacht ist der Bus in Hamburg unterwegs. Auch heute werden 20 Haltestationen angefahren. Wir rechnen mit ungefähr 150 Leuten heute Abend. Also es wird schon richtig voll werden. Und ist es jeden Tag so? Ja, jeden Tag. Also im Sommer sind es immer über 100 Leute. Und ihr kennt die meisten auch? Nee, eigentlich nicht mehr. Es sind ein paar Stammkunden dabei, aber viele wechseln auch. Kennt man da nicht mehr alle über 100 Leuten. 365 Tage im Jahr ist der Mitternachtsbus unterwegs. Auch an Heiligabend. Gudrun und Frank, beide ehrenamtliche Helfer an Bord. Gudrun ist in ihrem Beruf als Goldschmiedin erfolgreich. Frank arbeitet als Programmierer. Kann das eng werden hier mit dem, was wir hier an Nahrungsmitteln dabei haben? Ich glaube, das ist heute wirklich richtig eng. Weil wir so viele Gäste erwarten schon. Wir haben jetzt eine Kiste mit belegten Brötchen und drei, glaube ich, nicht? Ja. Drei mit Süßen, das wird nicht rein. Okay, wir müssen die Portionen jetzt ein bisschen verkleinern. Alle Speisen sind Spenden. Am Mitternachtsbus zeigt die Überflussgesellschaft jeden Abend ihre gute Seite. Dann gibt es halt nur noch Getränke. Das andere haben wir dann nicht mehr anzubieten. Manchmal versuchen wir es um 10 Uhr noch mal bei der Bahnhofsmission. Die haben auch manchmal belegte Brote noch, die sie übrig haben. Die können wir dann da abholen. Also was mich besonders berührt, ist halt auch das Schicksal der Frauen, die auf der Straße leben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man als Frau so ungeschützt auf der Straße sein kann, was einem da alles passieren kann. Ja, also zum einen sieht man mal, was für eine Überflussgesellschaft wir so sind. Wenn man sieht, was man so abholen kann beim nächstgelegenen Bäcker. Und das ist nicht der einzige Bäcker. Obwohl wir heute nicht genug haben, aber trotzdem. Und ja, man sieht natürlich auch hier diese enorme Bedürftigkeit. Menschen, die noch nichts gegessen haben wahrscheinlich, die auf diesem Bus warten. Und das ist nur die erste Station. Und hier stehen schon geschätzt 30 Leute. Wir haben 20 Stationen. Kann man sich vorstellen, wie viele da auf der Straße sind und auf uns hier warten heute Abend. 4.800 Menschen leben in Hamburg auf der Straße. Tendenz stark steigend. Manche überleben den Winter nicht. Bitte, bitte. Der Bus ist sehr wichtig für mich, weil wir brauchen was zu essen. Die Frau ist 44 Jahre alt, im fünften Monat schwanger. Sie lebt seit vier Jahren auf der Straße. Ich komme ja auch an die Rente. Und ich habe auch mein Geld dann. Aber es ist so, dass ich so bin, dass mein Kollegen jetzt ja nicht gesehen werden wollen. Und ich denen natürlich auch helfe. Und dann ist natürlich mein Geld auch schnell weg. Also genauso wie die ihr Geld mit mir teilen, tue ich das auch. Wie lange leben Sie schon auf der Straße? Vier Jahre jetzt. Ich fühle mich verlassen, alleingelassen in Deutschland. Die wissen nicht, wo Sie mit dem Baby hinkommen? Nein. Am Anfang hat das Wünste zu sehen. Da bin ich sehr wütend im Moment. Wirklich. Und mehr möchte ich dazu auch noch nicht sagen. Viel Glückwünsche. Alles klar, Dankeschön. Die Probleme sind einfach die ganzen Osteuropäer und die Afrikaner, die über Italien hierherkommen. Und die alle Essensstationen in Hamburg übervölkern. Also das sind ja schon mehrere, die jetzt geschlossen haben. Das Herz-Assad zugemacht und so. Also die Bahnhofsmission macht gar nicht mehr auf, weil sie einfach von den Osteuropäern oder von den Afrikanern übervölkert werden. Es macht einen Platz nach dem anderen zu, weil sie es nicht mehr wuppen können. Erstaunlich, dass da auch viel Dankbarkeit zu spüren war. Also die Menschen haben sich da wirklich auch herzlich bedankt für die Sachen, die wir ausgegeben haben. Und ja, und teilweise eben auch, da sieht man wirklich, dass die Menschen auch wirklich Not leiden, weil sie, wie jetzt in dem einen Fall, da war dann jemand ohne Schuhe, nur auf Socken. Und das war, ja, das war natürlich schon ziemlich prägend. Also den Leuten muss geholfen werden. Wir sind eine Einrichtung und ich denke mir, der Senat muss wesentlich mehr tun. Und man muss wesentlich mehr für diese Bevölkerungsgruppe, die einfach auch zu uns gehört. Das ist ein Teil der Gesellschaft. Und da muss die Politik wesentlich mehr Verantwortung übernehmen. Ja, also die Werte, die verschieben sich nochmal total. Also das, was man sonst als selbstverständlich wahrnimmt, das gewinnt nochmal in Bedeutung. Also das, Familie, Gesundheit, Sicherheit, all diese selbstverständlichen Sachen für uns Nicht-Obdachlosen, das ist für die eben ein Grundbedürfnis. Und das ist schon ziemlich, ja, ziemlich beeindruckend. St. Pauli an den River-Kasematten. Hier leben zwei Osteuropäer unter der Fußgängerbrücke, unter Obdachlosen, ein beliebter Platz. Guten Abend. Wolltest du was essen, was trinken? Ja, Standardprogramm, Pfefferminz für mich, das ist mein Freund, das ist Boulion. Boulion und Pfefferminz, was zu essen? Standardprogramm. Standardprogramm. Und auch was zu essen? Standardprogramm. Hey, okay, gerne. Die beiden haben sich einen kleinen Laden eingerichtet. Viele Touristen geben gern ein paar Cent. Wie viele hast du da? Diese Gäste zwei, glaube ich, nicht? Zwei Gäste, Boulion und Pfefferminztee. Okay, jeweils zwei? Nee, jeweils einen. Achso, jeweils einen, okay. Gerne. Das ist die Boulion? Boulion? Boulion. Ja. Ist es hier auch, kann es auch gefährlich sein auf der Straße, hier an diesem Platz, kann es gefährlich sein? Ja. Und deswegen sind Sie hier auch zu zweit? Ja, immer zwei. Immer zwei. Zwei Flöge. Ja. Ist es zu laut hier? Zu laut. Zu laut. Wird es kalt werden heute? Nee. Nee. Nee? Normalerweise schlafen ich drei Jahre. Ist Mallorca? Für mich. Es ist 23 Uhr. Noch liegen zehn weitere Haltepunkte vor den drei Helfern. Die ersten Male konnte ich überhaupt nicht schlafen. Ich war dann nachts um eins, zwei zu Hause und habe so eigenartig, wie sich das anhört, erstmal einen Kaffee getrunken und musste, oder habe versucht, versucht, die ganzen Begebenheiten, das, was ich erfahren habe, zu verarbeiten. Das ist mir oftmals gar nicht gelungen, dass ich wirklich dann in der Nacht dann ein, zwei Stunden geschlafen habe und dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit bin und es wühlt auf. Es wühlt wirklich auf. Wir leben in einer Gesellschaft mit einem extremen Leistungsdruck und wer dem nicht gerecht wird, mit dem möchte man nichts zu tun haben. Und das kann ich angehen. Das macht mich dann, jetzt muss ich dir die Frage anders beantworten, das macht mich dann doch wütend. Hotel Atlantik. 150 Meter trennen Luxus und Elend. Unter den Eisenbahngleisen am Hauptbahnhof lebt ein junges Paar seit Wochen. Tagsüber ohrenbetäubender Lärm. Zehntausende Autos rasen hier täglich vorbei. Jetzt, um zwei Uhr morgens, ist es ruhiger. Aber hier leben die beiden, der Lärm schreckt die anderen Obdachlosen ab. Der nächste Tag. Direkt neben der St. Michaeliskirche hat die Gemeinde vier kleine Hütten gebaut, die sogenannten Kirchenkarten. Stefan Beutel trifft Uwe Martin. Regelmäßig besucht der Leiter der Diakonie, die neun Bewohner. So, jetzt besuchen wir den Klaus, der seit dem 1. März hier in der Kirchenkarte ist. Der war ganz lange Obdachlos. Hallo. Hallo, Klaus, Stefan. Wie geht's? Gut, danke. Ja, das ist Stefan, unser Seitenwechsler. Und der wollte sich mal angucken, wie das bei dir in der Kirche aussieht. So ist die Kirche eigentlich immer aufgebaut. Man kommt rein in den Kirchenbereich. Einbauküche, Kühlschrank, Vorratsraum. Wie fühlst du dich hier, Klaus? Gut, sehr gut. So ein bisschen wie zu Hause schon. Es war nicht so ganz groß, aber es reicht vollkommen aus. Man kann die Tür hinter sich zumachen, man hat seine Ruhe. Ist das so der größte Gewinn, so die Privatsphäre? Ja, Privatsphäre. Ich hab draußen geschlagen, in den Container geschlagen. Da hat man keine Privatsphäre. Wo hattest du vorher gewohnt? Vorher? Bevor du hier eingezogen bist. Da war ich im Container. Und davor war ich draußen, in Wandsbeck. Ach ja. In Wandsbeck, genau. In Wandsbeck im Container. Das war Wendernotprogramm. Wendernotprogramm? Und letzten Herbst? Wo hast du vorher geschlagen? Letzten Herbst hab ich draußen geschlafen, Karstadt-Mangebärs draußen. Okay, ja. Das ging über vom Taliyah-Theater, damit ich auch ein bisschen Bilder umkriegen. Wir führen keine Wartelisten, weil sich einfach zu viel tut. Die Leute, die warten, da verändert sich immer zu viel. Und wenn es dann so weit wäre, sind sie nicht da oder nicht greifbar. Insofern gucken wir immer, wenn ein Platz frei wird, bei wem das gerade passt. Und bei dem Klaus war das dann gerade in dem Augenblick. Der wussten wir, der wohnt im Winternotprogramm. Der kann es bezahlen. Und der hat auch eine Perspektive. Das ist ganz entscheidend. Stefan Beutel trifft sich mit Sozialarbeiter Nico Borchert. Nico arbeitet auf den Straßen in St. Pauli. Hier leben die meisten Wohnungslosen. Also wir gehen schon davon aus, dass die Zahl der Obdachlosen zunimmt. Das können wir daran merken, dass derzeit in den Fachstellen für Wohnungsnotfälle, die dafür zuständig sind, Menschen, die obdachlos sind, unterzubringen im Männer- und Frauen-Wohnheim, dass es dort teilweise Wartelisten von 700 bis 900 Menschen gibt, die einen Anspruch, einen Platz haben möchten in einer Notunterkunft. Der Streetworker sucht die Plätze der Obdachlosen auf St. Pauli regelmäßig auf. Viele der Bedürftigen kennt er persönlich. Ein Schlafplatz, der im Sommer auch immer sehr zugewachsen ist, den du gar nicht siehst. Und da ist auch vor ein paar Jahren auch ein Obdachloser Tod gefunden worden mit schweren inneren Verletzungen. Das konnte man dann, glaube ich, auch nicht klären. Ob das nun Gewalt, Fremdeinwirkung war oder im Rausch gestürzt oder was auch immer, da wurde dann hier auch tot gefunden. Und das ist natürlich so das Paradoxe, dass wir da oben die Jugendherberge haben und dann hier ein Schlafplatz hier wohnungslos, sodass hier jemand dann tot liegt. Ja, schon beklemmend, ne? Ja. Und Platz hier zu sehen und sich vorzustellen, dass da jemand liegt. Die Zustände verschlimmern sich. Nico Borchardt ist wütend. Wütend auf Stadt und auf Politik, weil man natürlich auch schon verstehen kann, dass viele Menschen nicht in die großen Unterkünfte wollen, weil das voll ist, weil es viel Gewalt gibt, weil es Alkohol gibt und so und wenig kleine dezentrale Einheiten und viele dann sagen, ich schlafe lieber draußen. Und dann, wenn wir aufgrund dieser Tatsachen dann Kältetoten haben, das ist schon einfach frustrierend. Bei seinen Rundgängen findet der Sozialarbeiter täglich neue Plätze. Er kontrolliert, spricht die Menschen an und versucht zu helfen. Menschen, die auf Müllbergen leben, in zerfetzten Zelten, direkt unter der U-Bahn. In der Welt der Wohnungslosen ist Wohlstand ein warmes Essen. Ja, auch das ist Hamburg, ne? Das, finde ich, ist so das Erschreckende, dass das eben Hamburg ist. Und wenn hier jemand krank ist und stirbt, kriegt das keiner mit. Also man wird es schon jemanden mitkriegen, aber das ist natürlich auch so versteckt und so vermüllt, dass hier natürlich eben auch mit der Bauabgrenzung keiner langgehen wird und man nachgucken wird. Der Stadtteil St. Pauli. Nirgendwo sonst in Hamburg leben so viele Menschen ohne festen Wohnsitz. Die offiziellen Zahlen sind nur die Spitze des Eisberges. Der Absturz in die Armut lauert hier hinter den Fassaden. Sehr ausgeprägt in Hamburg haben, aber auch natürlich in anderen Städten ist dieses Phänomen der verdeckten Obdachlosigkeit. Das heißt, Menschen, die faktisch obdachlos sind, wohnungslos sind, keine eigene Wohnung haben, aber natürlich nicht auf der Straße leben, sondern prekär untergebracht, dann schlafen sie mal eine Nacht im Hotel, wie in einem dieser Hotels, die auch ganz gerne genommen werden von Obdachlosen und dann mal bei einer Bekannten, dann mal eine Nacht auf der Straße. Und das sind natürlich Menschen, die in der Obdachlosenstatistik natürlich auch nie erwähnt werden oder auch nie auftauchen, sodass wir immer davon ausgehen, dass die Zahl der tatsächlich obdachlosen Menschen noch wesentlich höher ist durch diese verdeckte Obdachlosigkeit. Die andere Seite von Hamburg. Nach drei Tagen Seitenwechsel hat Stefan Beutel mehr über Armut gelernt als sein ganzes Leben zuvor. Die Krankenstube in der Seewartenstraße auf St. Pauli. Doris Schröder leitet die Station für Obdachlose im ehemaligen Hafenkrankenhaus. Rund um die Uhr Erstversorgung und 14 Betten zur Aufnahme. Thomas kommt regelmäßig vorbei. Der Wohnungslose hat am ganzen Körper offene Wunden. Das nennt sich, also im Umgangsjargon heißt das Schleppe und die lateinische Bezeichnung ist Impetigo, das ist eine bakterielle Erkrankung. Schleppe heißt es, weil es manchmal mit einer kleinen Stelle irgendwo anfängt und dann sich so ein bisschen entzündet, aber dann irgendwie auch wandert. Weil wenn Leute dann kratzen oder so, deswegen heißt es Schleppe. Und es ist, ja, es ist meistens, wenn es nicht zu großflächig ist, also lokal eine Stelle, kann man es mit Lavasept und Gase behandeln. Und wenn es mehr den Körper betrifft, dann ist es meistens auch, dass man Antivirus übergibt. Das Wichtigste finde ich eigentlich, dass die Menschen, die hier sind, dass sie sich hier angenommen fühlen. Also ich finde es gut, wenn man begrenzt mitleiden kann. Ich hatte hier mal einen, der wollte, ist wieder auf die Straße gegangen, weil der brauchte Kompressionsstrümpfe und die kannst du auf der Straße nicht. Er hätte eigentlich die Beine hochlegen müssen. Dann habe ich gesagt, besorg dir eine zweite Iso-Rolle und wenn du im Büsch legst, legst du sie unter, dass der Rückfluss gewährleistet ist. Neben Pflegern arbeiten Sozialpädagogen mit den Patienten. Die Krankenstation, eine Arche Noah. Ohne die Hilfe der Mediziner hier wartet für manche draußen nur der Tod. Also für mich ist sie sehr wichtig, da ich obdachlos bin. Ich habe damals meinen Ex-Freund verloren an der Überdosis. Er hat vorher meine Wohnung verwüstet, da habe ich mich obdachlos gewonnen, weil ich abgehauen bin. Und ich habe offene Beine, habe eine Anämie und draußen wäre ich jetzt gestorben. Also ich habe vor zwei Wochen gleich im Krankenhaus, ist mir die Arterie durchgeplatzt. Und wird es das hier nicht geben, dann wäre ich zu Hause gestorben. Oder auf der Straße. Haben Sie denn jemanden, der Ihnen sich unterstützen kann in Ihrer Situation? Freunde, Familie? Wenig soziale Kontakte noch. Wenig soziale Kontakte. Also ich habe, ja klar, ich habe meine Mama, die macht auch alles für mich, aber ich will ja auch nicht zu viel, die hat auch schon ganz viel Mist in ihr Leben mitgemacht. Mein Vater war heroinabhängig, ich bin abhängig, meine Schwester ist abhängig und da will ich natürlich auch nicht zu viel Last noch aufbürgen. Ja, ich würde draußen auf der Straße schlafen, wenn ich nicht hier wäre. Ist ja auch nicht ganz ungefährlich als Frau, ne? Nee, ist nicht ungefährlich als Frau und mit den ganzen Krankheiten, die ich habe, auch so nicht ungefährlich. Also vor zwei Wochen wäre es das ja gewesen, wäre ich verblutet. Wie haben Hoffnung also jetzt? Ja, Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Also, ich meine, das ist jetzt seit 17, 18 Jahren, bin ich 13, glaube ich, angefangen. Und wenn ich keine Hoffnung hätte, wäre ich nicht mehr da. Da hätte ich das, glaube ich, schon vorher beendet. Hinschauen, erleben, mitfühlen. Eine intensive Woche mit dem Blick auf die andere Seite der Gesellschaft. Wir treffen Stefan Beutel wieder, zwei Monate nach dem Seitenwechsel. Komm, wir gehen mal zur Höhle. Ja, es ist eben so gewesen, dass man durch, weil ich jetzt durch diese Woche Seitenwechsel, ja, auch nochmal erfahren habe, wie wichtig das ist, was ich habe mit der Familie, dass wir, ja, gesund sind, dass wir Zeit gemeinsam verbringen können, dass es uns gut geht. Und das eben noch bewusster zu genießen und das Leben nicht einfach so an sich vorbeiziehen zu lassen, sondern auch mehr im Moment zu leben und nicht nur an die Zukunft zu denken. Das ist, glaube ich, etwas, was Lebensqualität ist und was man, ja, häufig sich vor Augen führen muss. Direkt neben der St. Michaeliskirche hat die Gemeinde vier kleine Hütten gebaut, die sogenannten Kirchenkarten. Stefan Beutel trifft Uwe Martin. Regelmäßig besucht der Leiter der Diakonie, die neuen Bewohner. So, jetzt besuche ich wieder den Klaus, der seit dem 1. März hier in der Kirchenkarte ist. Der war ganz lange Obdachlos. Hallo. Hallo, Klaus, Stefan. Wie geht's? Gut, danke. Ja, das ist Stefan, unser Seitenwechseler. Und der wollte sich mal angucken, wie das bei dir in der Karte aussieht. So ist die Karte eigentlich immer aufgebaut, man kommt rein in das Dickküche-Bereich. Einbauküche, Kühlschrank, Vorratsraum, da hat man hier dann das... Wie fühlst du dich hier, Klaus? Gut, sehr gut. So ein bisschen wie zu Hause schon. Es war nicht so ganz groß, aber es reicht vollkommen aus. Man kann die Tür hinter sich zumachen, man hat seine Ruhe. Ist das so der größte Gewinn, so die Privatsphäre? Ja, Privatsphäre. Ich habe draußen geschlagen, einen Container geschlagen, da hat man keine Privatsphäre. Wo hattest du vorher gewohnt? Vorher? Nein, bevor du hier eingezogen bist. Da war ich im Container, war ich da. Und davor war ich draußen, äh, in Wandsbeck. Ach ja, in Wandsbeck, genau. In Wandsbeck im Container. Und das war Winter-Notprogramm? Bitte? Winter-Notprogramm? Und letzten Herbst? Wo hast du vorher geschlagen? Letzten Herbst habe ich draußen geschlafen, Karstadt-Müngeberg draußen. Okay, ja, das ist... Wohin war gegenüber vom Taliyah-Theater, damit ich auch ein bisschen Bildung kriege. Ja. Wir führen keine Wartelisten, weil sich einfach zu viel tut. Die Leute, die warten, da verändert sich immer zu viel. Und wenn es dann so weit wäre, sind sie nicht da oder nicht greifbar. Insofern gucken wir immer, wenn ein Platz frei wird, ähm, bei wem das gerade passt. Und bei dem Klaus war das dann gerade in dem Augenblick, der wussten wir, der wohnt im Winter-Notprogramm. Der ist, äh, äh, der kann es bezahlen. Und der hat auch eine Perspektive, das ist ganz entscheidend. Stefan Beutel trifft sich mit Sozialarbeiter Nico Borchert. Nico arbeitet auf den Straßen in St. Pauli. Hier leben die meisten Wohnungslosen. Also wir gehen schon davon aus, dass die Zahl der Obdachlosen zunimmt. Das können wir daran merken, dass derzeit in den Fachstellen für Wohnungsnotfälle, die dafür zuständig sind, Menschen, die obdachlos sind, unterzubringen im Männer-Frauen-Wohnheim, dass es dort teilweise Wartelisten von 700 bis 900 Menschen gibt, die einen Anspruch, einen Platz haben möchten in einer Notunterkunft. Der Streetworker sucht die Plätze der Obdachlosen auf St. Pauli regelmäßig auf. Viele der Bedürftigen kennt er persönlich. Ein Schlafplatz, der im Sommer auch immer sehr zugewachsen ist, den du gar nicht siehst. Und da ist auch vor ein paar Jahren auch ein obdachloser Tod gefunden worden mit schweren inneren Verletzungen. Das konnte man dann, glaube ich, auch nicht klären, ob das nun Gewalt-Fremdeinwirkung war. So, jetzt besuchen wir den Klaus, der seit dem 1. März hier in der Kirchenkarte ist. Der war ganz lange obdachlos. Hallo. Hallo Klaus, Stefan. Wie geht's? Gut, danke. Ja, das ist Stefan, unser Seitenwechler. Und der wollte sich mal angucken, wie das bei dir in der Kirche aussieht. So ist die Kirche eigentlich immer aufgebaut. Man kommt rein, das ist die Kirche-Bereich. Einbruchküche, Kühlschrank, Vorratsraum. Da hat man hier dann das. Wie fühlst du dich, Herr Klaus? Gut, sehr gut. So ein bisschen wie zu Hause schon. Es war nicht so ganz groß, aber es reicht vollkommen aus. Man kann die Tür hinter sich zumachen, man hat seine Ruhe. Ist das so der größte Gewinn, so die Privatsphäre? Ja, Privatsphäre. Ich habe draußen geschlagen, in den Container geschlagen. Da hat man keine Privatsphäre. Wo hattest du vorher gewohnt? Vorhin? Bevor du hier eingezogen bist. Da war ich im Container, war ich da. Und davor war ich draußen, in Wandsbeck. Ach ja, im Wandsbeck, genau. Und das war Winter-Not-Programm? Und letzten Herbst? Letzten Herbst habe ich draußen geschlafen, Karstadt-Mangebärs draußen. Okay, ja, das ist... Ich war gegenüber vom Trailer-Theater, damit ich auch ein bisschen Bilder umkriege. Ja. Wir führen keine Wartelisten, weil sich einfach zu viel tut. Die Leute, die warten, da verändert sich immer zu viel. Und wenn es dann so weit wäre, sind sie nicht da oder nicht greifbar. Insofern gucken wir immer, wenn ein Platz frei wird. Bei wem das gerade passt. Und bei dem Klaus war das dann gerade in dem Augenblick. Da wussten wir, der wohnt im Winter-Not-Programm. Der ist... Der kann es bezahlen. Und der hat auch eine Perspektive. Das ist ganz entscheidend. Stefan Beutel trifft sich mit Sozialarbeiter Nico Borchert. Nico arbeitet auf den Straßen in St. Pauli. Hier leben die meisten Wohnungslosen. Also wir gehen schon davon aus, dass die Zahl der Obdachlosen zunimmt. Das können wir daran merken, dass derzeit in den Fachstellen für Wohnungsnotfälle, die dafür zuständig sind, Menschen, die obdachlos sind, unterzubringen im Männer- und Frauen-Wohnheim, dass es dort teilweise Wartelisten von 700 bis 900 Menschen gibt, die einen Anspruch, einen Platz haben möchten in einer Notunterkunft. Der Streetworker sucht die Plätze der Obdachlosen auf St. Pauli regelmäßig auf. Viele der Bedürftigen kennt er persönlich. Ein Schlafplatz, der im Sommer auch immer sehr zugewachsen ist, den du gar nicht siehst. Und da ist auch vor ein paar Jahren auch ein obdachloser Tod gefunden worden mit schweren inneren Verletzungen. Das konnte man dann, glaube ich, auch nicht klären, ob das nun Gewalt, Fremdeinwirkung war oder im Rausch gestürzt oder was auch immer. Der wurde dann hier auch tot gefunden. Und das ist natürlich so das Paradoxe, dass wir da oben die Jugendherberge haben und dann hier einen Schlafplatz hier wohnungslos. Für die sozial Schwachen. Die nächste Station für Stefan Beutel, der Mitternachtsbus. Jede Nacht ist der Bus in Hamburg unterwegs. Auch heute werden 20 Haltestationen angefahren. Wir befragen damit ungefähr 150 Leute heute Abend. Also es wird schon richtig voll werden. Und ist es jeden Tag so? Ja, jeden Tag. Also im Sommer sind es immer über 100 Leute. Und ihr kennt die meisten auch? Nee, eigentlich nicht mehr. Es sind ein paar Stammkunden dabei, aber viele wechseln auch. Kennt man dann nicht mehr alle über 100 Leute. 365 Tage im Jahr ist der Mitternachtsbus unterwegs. Auch an Heiligabend. Gudrun und Frank. Beide ehrenamtliche Helfer an Bord. Gudrun ist in ihrem Beruf als Goldschmiedin erfolgreich. Frank arbeitet als Programmierer. Kann das eng werden hier mit dem, was wir hier an Nahrungsbrötchen dabei haben? Ich glaube, das ist heute wirklich richtig eng. Ja, weil wir so viele Gäste erwarten. Wir haben jetzt eine Kiste mit belegten Brötchen und drei, glaube ich, nicht? Ja. Drei mit Süßen. Das wird nicht reinges. Okay, wir müssen die Portionen jetzt ein bisschen verkleinern. Alle Speisen sind Spenden. Am Mitternachtsbus zeigt die Überflussgesellschaft jeden Abend ihre gute Seite. Dann gibt es halt nur noch Getränke. Das andere haben wir da nicht mehr anzubieten. Manchmal versuchen wir es um zehn nochmal bei der Bahnhofsmission. Die haben auch manchmal belegte Brote noch, die sie übrig haben. Die können wir dann da abholen. Also was mich besonders berührt, ist halt auch das Schicksal der Frauen, die auf der Straße leben. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man als Frau so ungeschützt auf der Straße sein kann. Ja, also zum einen sieht man mal, was für ein Überflussgesellschaft wir so sind. Man sieht, was man so abholen kann beim nächstgelegenen Bäcker. Und das ist nicht der einzige Bäcker. Obwohl wir heute nicht genug haben, aber trotzdem. Und ja, man sieht natürlich auch hier diese enorme Bedürftigkeit. Menschen, die noch nichts gegessen haben wahrscheinlich, die auf diesen Bus warten. Und das ist nur die erste Station. Und hier stehen schon geschätzt 30 Leute. Wir haben 20 Stationen. Da kann man sich vorstellen, wie viele da auf der Straße sind und auf uns hier warten heute Abend. 4.800 Menschen leben in Hamburg auf der Straße. Tendenz stark steigend. Manche überleben den Winter nicht. Bitte, bitte. Der Bus ist sehr wichtig für mich. Ein beliebter Platz. Guten Abend. Wollt ihr was essen, was trinken? Das Standardprogramm, Pfefferminz für mich, das ist meine Freund, das Boulion. Boulion und Pfefferminz? Das Standardprogramm. Standardprogramm. Und auch was zu essen? Das Standardprogramm. Hey. Okay, gerne. Die beiden haben sich einen kleinen Laden eingerichtet. Viele Touristen geben gern ein paar Cent. Wie viele hast du da? Gäste zwei, glaube ich, nicht? Zwei Gäste. Boulion. Und Pfefferminz-Tee. Okay. Jeweils zwei? Ja. Nee, jeweils einen. Achso, jeweils einen, okay. Gerne. Das ist die Boulion. 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 Ist es hier auch, kann es auch gefährlich sein auf der Straße, hier an diesem Platz, kann es gefährlich sein? Ja. Und deswegen sind Sie hier auch zu zweit? Also, ja. Ja, immer zwei. Immer zwei. Immer zwei. Immer zwei. Ja. Und hier? Ist es zu laut hier? Zu laut. Zu laut. Wird es kalt werden heute? Nein. Nee. Nee? Normalerweise schlafen ich drei Jahre. Das ist Mallorca. Für mich. Es ist 23 Uhr. Noch liegen zehn weitere Haltepunkte vor den drei Helfern. Die ersten Male konnte ich überhaupt nicht schlafen. Ich war dann nachts um eins, zwei zu Hause und habe so eigenartig, wie sich das anhört, erst mal einen Kaffee getrunken und musste, oder habe versucht, versucht, die ganzen Begebenheiten, das, was ich erfahren habe, zu verarbeiten. Das ist mir oftmals gar nicht gelungen. Dass ich wirklich dann in der Nacht dann ein, zwei Stunden geschlafen habe und dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit bin und es wühlt auf. Es wühlt wirklich auf. Wir leben in einer Gesellschaft mit einem extremen Leistungsdruck und wer dem nicht gerecht wird, mit dem möchte man nichts zu tun haben. Und das kann ich angehen. Das macht mich dann, jetzt muss ich dir die Frage anders beantworten, das macht mich dann doch wütend. Hotel Atlantik. 150 Meter trennen Luxus und Elend. Unter den Eisenbahngleisen am Hauptbahnhof lebt ein junges Paar seit Wochen. Tagsüber ohrenbetäubender Lärm. Zehntausende Autos rasen hier täglich vorbei. Jetzt, um zwei Uhr morgens, ist es ruhiger. Hier leben die beiden. Der Lärm schreckt die anderen Obdachlosen ab. Der nächste Tag. Direkt neben der St. Michaeliskirche hat die Gemeinde vier kleine Hütten gebaut, die sogenannten Kirchenkarten. Stefan Beutel trifft Uwe Martin. Regelmäßig besucht der Leiter der Diakonie, die neuen Bewohner. So, jetzt besuchen wir den Klaus, der seit dem 1. März hier in der Kirchenkarte meldet und ist seit dem Schriftlich Salat und hält hier insgesamt aus. Elf Uhr. Das Diakonie-Bistro öffnet. Der Andrang ist heute schwach. An manchen Tagen stehen die Leute Schlange bis auf die Straße. Das Essen ist gut. Sehr gut. Ja. Gert's schon? Da auch, ja. Da auch noch ein bisschen. Auf der Mitte. Gerne. Guten Appetit. Dankeschön. Lecker. Schönen Appetit. Danke. Schönen Appetit. Draußen vor der Tür wartet das Zahnmobil. Die meisten Menschen auf der Straße haben keine Krankenversicherung. Ein Arztbesuch kann sich hier niemand leisten. Dentalhygiene kostenlos. Die rollende Zahnarztpraxis boomt. Ja, wer denn zuerst? Sie zuerst. Ja, wir gucken mal. Ja, okay. Ja, dann mal los. Ja, dann kommen Sie mal zuerst. Haben Sie den Ausweis dabei? Ja. Ja, okay. Herz ist gut? Das Herz ist gut. Herz ist gut? Nein, ist auch gut. Perfekt. Diese ist kaputt. Ja. Kontrolluntersuchung. Zwei Zähne müssen raus. Sofort. Das Zahnmobil gibt es seit 2008. Für Zahnersatz wie eine Krone oder eine Brücke ist kein Geld da. Da kommen wir noch besser hin. Das ist gut. Fühlen Sie sich jetzt gut? Ja. Besser? Ja. Ja, ich bin glücklich. Ich kann beißen. Ich kann essen. Mir schmeckt das alles. Und jetzt, ich brauche nicht mehr die Zähne wie so ein Superstar. So alles so. Das brauche ich nicht mehr. Zahnmobilien haben Sie aber nicht. Sie haben eine Prothese gehabt. Richtig. Und die haben... Die tragen Sie aber nicht mehr. Nein. Sie haben mir ein paar Zähne rausgeholt. Und dann habe ich gesagt, ich versuche es. Und das klappt ja auch nicht mehr mit der Prothese. Und dann soll ich ja schon fahren. Und dann bin ich beigegangen und habe sie einfach mal weggelassen. Keiner Locker, ne? Hier ist gar keine Locker. Nee, nee. Also dann ist es auch gute Nachricht. Gute Nachricht. Gute Nachricht. Und wenn ich... Und wenn ich spreche... Ich habe ja hier die Zähne, ne? Die vier, fünf Stück. Sechs Stück. Mach ich so. Dann sieht man das nicht. Oder ich gucke ein bisschen nach unten. Dann sieht man nicht, dass ich unten keine Zähne habe. Dann brauche ich ja nicht wieder... Hält die insgesamt aus. Ja. Elf Uhr. Das Diakonie-Bistro öffnet. Der Andrang ist heute schwach. An manchen Tagen stehen die Leute Schlange bis auf die Straße. Geh mal rein. Das Essen ist gut. Sehr gut. Ja. Gert's schon? Da auch, ja. Da auch noch ein bisschen. Auf der Mitte. Gerne. Guten Tag. Dankeschön. Lecker. Guten Appetit. Danke. Guten Appetit. Draußen vor der Tür wartet das Zahnmobil. Die meisten Menschen auf der Straße haben keine Krankenversicherung. Ein Arztbesuch kann sich hier niemand leisten. Denn Talhygiene kostenlos. Die rollende Zahnarztpraxis boomt. Ja, das ist mal sie hier. Ja, wer denn zuerst? Sie zuerst. Ja, ja. Ja, wir gucken mal. Ja, okay. Ja, dann machen wir uns. Ja, dann kommen Sie mal zuerst. Der Ausweis dabei? Ja. Herz ist gut? Herz ist gut. Herz ist gut. Herz ist gut? Da, ihr ist auch gut. Perfekt. Diese ist kaputt. Ja. Kontrolluntersuchung. Zwei Zähne müssen raus. Sofort. Das Zahnmobil gibt es seit 2008. Für Zahnersatz wie eine Krone oder eine Brücke ist kein Geld da. Da kommen wir noch mehr besser hin. Das ist gut. Fühlen Sie sich jetzt so gut? Ja. Besser? Ja. Ja. Ja, ich bin glücklich. Ich kann beißen. Ich kann essen. Mir schmeckt das alles. Und jetzt, ich brauche nicht mehr die Zähne wie so ein Superstar. So alles so. Das brauche ich nicht mehr. Zahnmobil haben Sie aber nicht. Die haben eine Prothese gehabt. Richtig. Die tragen Sie aber nicht mehr. Nein. Die haben mir ein paar Zähne rausgeholt. Und dann habe ich gesagt, ich versuche es. Und das klappte auch nicht mehr mit der Prothese. Und dann soll ich ja schon fahren. Also dies und das. Und dann bin ich beigegangen. Und ich habe sie einfach mal weggelassen. Keiner locker. Hier ist gar keine locker. Nee, nee. Also dann ist es auch gute Nachricht. Gute Nachricht. Gute Nachricht. Und wenn ich spreche, ich habe ja hier gute Zähne. Die vier, fünf Stück. Sechs Spiele. Dann mache ich es so. Dann sieht man das nicht. Oder ich gucke ein bisschen nach unten. Dann sieht man nicht, dass ich unten keine Zähne habe. Das brauche ich ja nicht jeder wissen. Dann mache ich es so. Ich gucke ins Spiegel. Aha. Dann denken Sie, ich habe alles gute Zähne. Keiner locker. Hier ist gar keine locker. Nee, nee. Also dann ist es auch gute Nachricht. Gute Nachricht. Gute Nachricht. Und wenn ich spreche, ich habe ja hier gute Zähne. Die vier, fünf Stück. Sechs Spiele. Dann mache ich es so. Dann sieht man das nicht. Oder ich gucke ein bisschen nach unten. Dann sieht man nicht, dass ich unten keine Zähne habe. Das brauche ich ja nicht jeder wissen. Dann mache ich es so. Ich gucke ins Spiegel. Aha. Dann denken Sie, ich habe alles gute Zähne. Dann sehen Sie. Genau. Keine Stadt in Deutschland bietet so viel Hilfe. Eine neue Erfahrung für den Hamburger Stefan Beutel. So, wie war es? Ja. Sehr schön, ne? Sehr interesser. Tolles Angebot. Ist es auch. Wird auch super angenommen. Wir sind eigentlich, wo wir hinfahren, auch immer gut ausgebucht. Also Leute ohne Ende. 13 Uhr. Stefan Beutel verkauft Essensmarken. Bis zu 250 Mittagessen werden hier in der Bundesstraße täglich konsumiert. Tendenz steigend. Ein Euro kostet eine Marke für Wohnungslose. Guten Appetit. Hallo Herr Beutel. Grüße Sie, Frau Fito. Hallo. Mensch, klasse. Sie mal hinterm Tresen zu sehen. Ja, macht Spaß. Und nicht am Schreibtisch. Doris Tito leitet das Programm Seitenwechsel bei der Patriotischen Gesellschaft. Die Idee von Seitenwechsel ist, dass Führungskräfte eine Woche in eine andere Welt eintauchen, die der sozialen Einrichtung. Nicht als Führungskraft, sondern sie sind Praktikanten. Sie sind nicht die Berater, sie sind nicht die sozialen Helden, sondern sie sind Praktikantin. Und lasse mich auf das Thema ein und setze mich mit einem schwierigen Thema auseinander. Sei es Krankheit, Tod, Sucht, Behinderung, Drogenabhängigkeit oder wie immer auch. Aber es ist ja schon viel ruhiger als unten im Essensraum, das merkt man schon. Also das ist bestimmt für die schon eine Erholung, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, klasse. 18 Uhr, Suppe für die sozial Schwachen. Die nächste Station für Stefan Beutel, der Mitternachtsbus. Jede Nacht ist der Bus in Hamburg unterwegs. Auch heute werden 20 Haltestationen angefahren. Wir rechnen mit ungefähr 150 Leuten heute Abend. Also es wird schon richtig voll werden. Und ist es jeden Tag so? Ja, jeden Tag. Also im Sommer sind es immer über 100 Leute. Und ihr kennt die meisten auch? Nee, eigentlich nicht mehr. Es sind ein paar Stammkunden dabei, aber viele wechseln auch. Da kennt man dann nicht mehr alle über 100 Leuten. 365 Tage im Jahr ist der Mitternachtsbus unterwegs. Auch an Heiligabend.